Wer hat mich berührt? Du siehst, wie sich die Leute um dich drängen und fragst, wer hat mich berührt? Meister, zwölf Jahre lang habe ich an Blutungen gelitten. Ich wusste, wenn ich nur dein Gewand berühre, werde ich geheilt. Tochter, dein Glaube hat dir geholfen. Geh in Frieden. Du sollst von deinem Leiden geheilt sein. Geh in Frieden. 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 Geh in Frieden.